Hey Leute, ich zeige euch, wie man beim Lenovo ThinkPad, generell bei Lenovo Notebooks und Laptops, die Tastaturbeleuchtung ein- und ausschalten kann. Um die Tastaturbeleuchtung jetzt zu steuern, drückt ihr die Fn-Taste und dann hier die Leertaste. Und jetzt wird die eingeschaltet und durch das zweite Mal schalten wird sie eben ausgeschaltet. Beziehungsweise beim ersten Mal ist sie etwas schwächer, beim zweiten Mal etwas stärker und beim dritten Mal habt ihr die Tastaturbeleuchtung dann eben entsprechend ausgeschaltet. Ja, ich hoffe das Video war informativ und hilft euch mit dem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.